So, hallo, wir machen weiter bei Trackmania den Strecken von Eduardo the Woken, der uns das letzte Mal einige Hindernis-Parcours gegeben hat und jetzt geht's weiter mit mehr Hindernis. Zeug. Mal schauen, was er noch so ausgedacht hat. Okay, ich verstehe. Hopp. Ja. Das lief super. Hopp, das lief besser. Äh, hier geht das nicht, okay. Äh. Das muss hier auch gehen. Hä? Kann ich da komplett drüber springen? Äh. Weil so, wenn ich hier, wenn ich hier dran bin, kann ich nicht mehr, komme ich nicht mehr weg. Keine Chance. Muss ich da echt komplett drüber springen, ja? Gut. So, was ist nix? Hä? So, theoretisch. Und jetzt müsste ich aber da noch drüber kommen. Ich kann doch bestimmt von hier aus irgendwas machen. Ja, okay. Ich komm da schon auch drauf. Gut. Das andere hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Oh Gott. Wow. Okay. Aber so reicht's halt nicht, ne? Ne. Das muss in dem Fall seitlich passieren. So zum Beispiel. Jawohl. Und dann, ah nein, jetzt hab ich nie auf die Laterne geguckt. Das ist die scheiß Laternen. Okay. Dann hab ich... Ah. Ach, komm schon. Ich glaub, das ist ne Strecke, die ich nicht fahren werde. Weil die Theorie ist klar und das möchte ich jetzt nicht... ...in die Länge ziehen. Außer wir schaffen's jetzt. Ne. Ne, 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 dann nicht. Tut mir leid. Hindernis 5. Okay. Du, 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 du. Huch. Da waren doch Pfeile. Wahrscheinlich nicht so schnell. Ah, ach so. Ach so. Ich verstehe. Kann ich nicht von hier aus dann auch schon runter? Oh. Nope. Ich verstehe. Ich will erst da drin landen. Oh Gott, das ist viel zu weit gewesen. Ich will erst da drauf landen. So. Und dann fahr' ich hier über die Dinger da rüber. Höö. Hööö. Ja, ne. Okay. So in etwa will ich das machen. Kann ich denn nicht vielleicht auch schon... ...quasi rückwärts auf einem... ...am besten auf dem mittleren. Ich glaube, das mittlere kann ich am besten treffen. Das ist jetzt nicht Mitte, ich weiß. Ist aber egal. Ja, das könnte funktionieren. Okay. Wenn ich's ordentlich treffe, haut ich schon hin. Wenn ich's ordentlich treffe. Wenn. Moment, wir sind noch nicht tot. Oh. Uhuhuhuhu. Wir sind noch nicht tot. Alles noch drin. Nein, 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 nein. Oh, jetzt bin ich ziemlich gerade geworden. Ist auch gar nicht mal so schlecht. So, muss man mit der anderen Kameraperspektive... Nein, jetzt hab' ich mich gedreht. Ich glaub' hier an der Seite kann man sich halt am besten... ...reinpendeln, weil da halt noch so ein... ...so ne Wand zusätzlich ist. Pfff. Ach, kuck mal. ...huch. Hier wollte ich nicht reinfahren. Ich wollte das nur zum Orientieren nutzen. Passt das einigermaßen? Ich denke schon. Nein. ...bisschen weiter nach Läh... ...rechts. Bisschen gerader. Da sieht doch gut aus. Der kommt halt auch noch mit so einem Sprung auf. Ups. Diese scheiß Laterne. Was zum? Was ist das denn jetzt für ein Sprung? No. Nonononononononononononon1 vonoccht und beklappt, ey! Mensch, da liegt echt beklappt, ey! Ja, okay. Super, super! Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. So! Schön vorsichtig. Immer schön vorsichtig bleiben. Ja! Ah, ja, das geht gut aus. Jawohl. Das geht ja gut aus. Da hebt nicht mein... Da fahr nicht weiter. Das wird nichts. Junge, das wird nichts. Du bist drunter. Oh. Das geht auch. Okay. Ah. Moment. 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 Äh. Da war ich jetzt mit meinen Gedanken ein bisschen noch zu bald. Ups. Hoppla. Naja, passiert. Kann ich mich an dem Ding orientieren? Ich versuche jetzt mal zu gucken, wo ich rauskomme, wenn ich ungefähr genau hier rückwärts fahre. Rückwärts. Danke. Bisschen links noch vielleicht. Nicht. Höh. Höh. Was? Ich kann nichts machen. Ich sitze doch so gut. Ich sitze doch so gut. Das war voll gut. Das war voll gut. Fah. Pff. Das war's für heute. Oh, nee. Drei Versuche noch. Dann lass ich's. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Das sah gut aus. Jetzt gehe ich natürlich wieder in eine andere Richtung. Ja. Nein. Nicht drehen, nicht drehen. Nein. Das ist kacke, wenn er sich mit den Rädern verhängt. Verhängt. Das sieht eigentlich ganz gut aus, aus der Situation gerade. Oh mein Gott. Oh nein. Ach, scheiße. Leck mich doch am Arsch. Das ist für mich nah genug. So, Schluss. Schluss. Immer weiter rund. Gott. Was kommt denn? 15 Runden. Ich ahne es. Oh, nee. Super. Das darf nur nicht passieren, dass... Nein, genau das. Das ich hier auf dem Checkpoint laden muss. Dann wird es nämlich sehr schwer, zum Ziel zurückzutreffen. Ach so. Und dafür kann ich hier oben zurückfahren. Ah, der hat dran gedacht. Kluges Kerlchen. Kluges Kerlchen. Kluges Kerlchen, der Eduardo. Kluges Kerlchen. So. Danke. Idee ist cool. Idee ist cool. Um das mal wieder aufzugreifen. Nein. Ja. Nein. Doch. Nein. Okay. Und wieder oben zurückfahren. Oh. Viel zu weit. Ups. Das war viel zu weit. Meine Herren. Fünf Stück noch. Läuft's eigentlich gerade ganz gut. Nein. Rutsch durch. Nein. 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 Sagen wir, es lief ganz gut. Nicht drehen. Nicht drehen. Ah. Oh. Ganz knapp. Hm. Oh, das trifft wieder die roten Pfeile. Ja. Scheiße. Jetzt passt's aber. Ach, komm. Regen durchgedreht. Nee. Er erkennt es nicht an. Stop. Danke. Danke. Oh. Letzte Runde. Okay. Okay. schön. Sehr schön. Interessante Idee. In der Badewanne. Fünf Minuten. Ich bin gespannt. Trauen wir uns mal noch ran. Okay. Eine Runde von zwei. Das ist umso besser. Dann fahren wir wieder nur eine. Kennt man ja mittlerweile. Das ist eine interessante Badewanne. Oh. Das war dumm. Das auch. Ah. So. Einmal rum. Nein, das reicht nicht. Ach, ich sollte die Kamera umstellen. Es wäre schön, wenn sich die Kamera von selbst umstellen würde. Kleiner Wink mit dem Zaunpfad an der Stelle. Aber ich kann das auch selbst machen. Denn so steuert man diese Dinger ja eigentlich. Eigentlich ist ja im Original, stellt sich da ja auch die Kamera um. Und das kann man ja auch bei den Editoren so einstellen. Dass da an bestimmten Stellen die Kamera umspringt. Das wäre hier ganz schön gewesen. Jeb, wo muss ich? Nein. Okay. Ich kann mich ja schon mal ein bisschen links halten. Um die Lücke gleich zu überwischen. Die da. Stopp. 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 Okay, super. Sehr schön. Sehr schön. Das funktioniert. Nein, 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 nein. Das war zu bald. Ich habe zu bald gebremst. 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 Ja, Mann. Fahr da hoch. Danke. Okay, jetzt wird es... Oh, da oben ist der Checkpoint. Nee, Quatsch. Gar nicht wahr. Okay. So, wo kommen wir denn... Wohin, wohin? Ich habe keine Ahnung. Darüber? Darunter? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe noch nichts. Wo muss ich hin? Ist da unten was? Nein. Es ist immer schön, wenn man alles zieht. Da unten muss ich hin. Super. Gut. Dann haben wir das jetzt getroffen. Hm. Juhu. Oh. 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 Okay. Dann können wir uns gleich mal ein bisschen drehen. Stop. Stop. Da ist schon das Ziel. Sehr schön. Dann haben wir es ja... Ach, leck mich doch. Warum springe ich da nicht eigentlich direkt rüber? Geht das? Nein. 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 Vielleicht sollte ich mich einfach nicht drehen. Oh. Der Mittlere geht in die Richtung. Ach so. Stop. 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 Okay. Das hat irgendwie funktioniert. Okay. Gut. Damit haben wir die Runde. Reicht dann auch. Wahrscheinlich ist das hier die Badewanne. Hui. Nächstes Mal gibt es dann... Kanal Fatal 3. Und 5. Okay. Danke fürs Zugucken und tschüss. Diese hat mich einfach mal in lieben. Für mich war das. Ich sch guest irref seem. violin. Woah. Michael.